Detektiv Scarlett Bishop ließ ihre Jacke absichtlich im Auto liegen. Einerseits war es so heiß und stickig, dass es vollkommen indiskutabel war, mehr Stoff am Leib zu tragen als unbedingt nötig. Andererseits aber war es ihr wichtig, dass man die Waffe in ihrem Schulterholster sehen konnte. Am besten schon von Weitem. Ihr stand heute Nacht nicht der Sinn nach Ärger. Stirnrunzelnd sah sie sich um. Die Straße war wie ausgestorben. Normalerweise wimmelte es ihr von Dealern und Prostituierten und dass jetzt keine einzige Menschenseele zu sehen war, gefiel ihr gar nicht. Von dem Mann, der sie angerufen und gebeten hatte, allein zu kommen, fehlte jede Spur. Unter normalen Umständen hätte sie das misstrauisch genug gemacht, um Verstärkung anzufordern. Doch auch wenn sie es niemandem eingestehen würde, hatte es sie gründlich aus der Bahn geworfen, nach so langer Zeit seine Stimme zu hören. Obwohl er sie aus dem Tiefschlaf gerissen hatte, war sie sofort hellwach gewesen. Neun Monate lang hatten sie kein Wort miteinander gesprochen. Wozu auch? Sie konnte ihm und seiner Familie ja doch nur in Erinnerung rufen, was sie verloren hatten. Sein letzter Anruf, vor Monaten, hatte sie zu vier Leichen geführt. Also hatte sie sich ohne zu zögern auf den Weg gemacht. Aber wo war er? Die einzigen sichtbaren Lebewesen auf der Straße waren zwei ältere Obdachlose, die sie mit unverholener Neugier beobachteten. Sie hatten ihr Nachtlager im Eingang eines mit Brettern vernagelten Hauses aufgeschlagen. Scarlett holte zwei Wasserflaschen aus dem Kofferraum ihres Wagens und überquerte die Straße. Sie kannte Tommy und Edna seit vielen Jahren. Die beiden hatten ihre gesamte Habe in einem Einkaufswagen verstaut und waren meistens hier anzutreffen. Sie reichte den beiden die Flaschen. Heiß heute, sagte sie freundlich. Und weh, antwortete Tommy. Seine Zähne blitzten in seinem dunkelhäutigen Gesicht auf, als er sich mit dem Schraubverschluss abmühte. »Was machen Sie denn so spät nachts noch hier draußen, Miss Scarlett?« fragte er und zog ihren Namen mahnend in die Länge. Scarlett schüttelte nachsichtig den Kopf und blickte die Straße entlang. Noch immer keine Spur von ihrem Anrufer. »Und Sie? Was machen Sie bei dieser Hitze hier draußen? Sie wissen ganz genau, dass das nicht gut für Ihr Herz ist.« Tommy seufzte theatralisch. »Ah, mein Herz ist sowieso kaputt. Sie haben's mir schon längst gebrochen, Miss Scarlett. Denken Sie doch noch mal über meinen Antrag nach.« Scarlett grinste. Tommy war in Schlitzohr, aber sie mochte ihn. »Das würde Ihrem Herzen auch nicht bekommen. Sie verkraften mich gar nicht.« Tommys Lachen war von jahrelangem Kettenrauchen heiser. »Da haben Sie allerdings recht.« Warnend hob er den Zeigefinger. »Und sagen Sie mir jetzt bloß nicht, ich soll zu Meadow gehen. Da war ich diese Woche schon dreimal. Die kleine Hübsche, Dr. Danny, hat gesagt, ich bin fit wie ein Turnschuh.« Die 70-Jährige neben ihm schnaubte. »Wie ein Ausgelatschter vielleicht.« Die Meadow war eine städtische Notunterkunft mit angeschlossener Klinik. Die kleine Hübsche, Dr. Danica Nowak, Ärztin der Notfallambulanz und Schwester von Scarletts Partner Deacon, arbeitete in der Einrichtung und hatte inzwischen fast ihren gesamten Freundeskreis in ehrenamtlichen Tätigkeiten eingebunden. Auch Scarlet. Scarlet schüttelte den Kopf, ließ das Thema aber fallen. Es hatte keinen Sinn. In den vergangenen Jahren hatte sie Edna und Tommy schon mehrmals in Wohnheimen untergebracht. Doch die beiden kehrten immer wieder auf die Straße zurück. Was ihrer Gesundheit nicht gut tat, Scarletts Ermittlungen aber häufig nützte. Wer die ganze Nacht draußen war, bekam viel mit. Wieder blickte Scarlet die Straße auf und ab. Hat es heute Nacht hier irgendwo Ärger gegeben? Edna steckte die Wasserflasche in die Tasche ihres Kittels, den sie niemals abzulegen schien, und zeigte nach links. Vielleicht sollten Sie mal drei Straßen weiterschauen, Herzchen. Da wurde geschossen. Dreimal. Scarletts Herz stolperte. Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Sie haben nicht danach gefragt, erwiderte Edna mit einem Schulterzucken. Scarlet unterdrückte ihre aufkommende Verärgerung. Wann war das? Erst vor ein paar Minuten, sagte Tommy. Aber ich weiß es nicht genau. Hab keine Uhr. Den letzten Satz brüllte er ihr hinterher, dass Scarlet bereits losgelaufen war. Ihr Telefon hatte vor 13 Minuten geklingelt. Wenn man auf ihn geschossen hatte, war er vielleicht jetzt schon tot. Bitte nicht. Bitte lass ihn nicht tot sein. Schlitternd kam sie zum Stehen, als sie die Gasse erreicht hatte und augenblicklich die reglose Gestalt am Boden sah. Das ist er nicht. Das Opfer war zu klein für einen Mann seiner Statur. Die Waffe in der einen, die Taschenlampe in der anderen Hand, näherte sie sich vorsichtig der Gestalt. Eine Frau, offenbar asiatischer Herkunft. Scarlet ging neben der Gestalt in die Hocke und schlagartig sank ihr der Mut. Das Opfer war ein junges Mädchen. Es lag auf dem Rücken und starrte mit weit geöffneten Augen blicklos in den Himmel. Der Bauch der Frau war bloß. Jemand hatte das weiße Polehemd unterhalb der Rippen abgetrennt. Eine Kugel war ein paar Zentimeter unter ihrem Brustbein eingedrungen. Doch gemessen an dem ausgetretenen Blut war die Wunde vermutlich nicht unmittelbar tödlich gewesen. Als Todesursache kam sehr viel wahrscheinlicher das kleine Loch in der linken Schläfe infrage. Die Austrittswunde hinter dem rechten Ohr hatte die Größe von Scarletts Faust. Die Kleine war sehr hübsch gewesen, bevor ihr jemand ein Stück aus dem Kopf geschossen hatte. Neben der Hüfte lag ein blutdurchtränkter, zusammengeknüllter Stofffetzen. Jemand hatte mit dem abgeschnittenen T-Shirt das Blut stillen wollen. Er hat versucht, dich zu retten, murmelte Scarlet. Leider vergeblich. Ihr Kopf fuhr hoch. Er war hier. Der Mann, der seit Monaten ihre Gedanken, ihre Träume beherrschte. Marcus O'Banion. Die Waffe in der einen Hand, die Taschenlampe in der anderen, erhob sie sich, drehte sich um und richtete den Lichtstrahl auf die tiefen Schatten der Hausmauern. Er war ganz in Schwarz gekleidet und lehnte mit vor der Brust verschränkten Armen an einer Hauswand. Sein Gesicht war unter dem Schirm einer Baseballkappe verborgen, sein Blick zu Boden gerichtet. Doch als er nun den Kopf hob, geriet ihr Herz erneut ins Stolpern. Sein Gesicht war aschfahl, seine Miene grimmig. Sie hatte ihn nicht kommen hören, hatte nicht einmal geahnt, dass er dort stand. Nicht viele Menschen konnten sich so lautlos bewegen wie er. Sie wusste, dass er eine Weile beim Militär gewesen war. Und was immer er im Dienste für Onkel Sam getan hatte, seine Ausbildung war anscheinend gründlich gewesen. »Wo kommen Sie denn so plötzlich her?«, fragte Scarlett ruhig, obwohl ihr Puls heftig in ihrer Kehle pochte. »Ich bin dem Kerl nachgerannt, der das getan hat«, sagte er tonlos und deutete diesmal mit dem Kopf auf das Mädchen. Er hatte sich fast nicht bewegt. Scarlett trat einen Schritt auf ihn zu. Aus der Nähe konnte sie sehen, dass er den Rücken krümmte und die Schultern hochzog. »Sind Sie verletzt?« »Nein, nicht wirklich.« »Was ist passiert?« Sein Blick blieb unbeirrt auf das Mädchen gerichtet. »Sie waren sehr schnell hier.« »Ich wohne in der Nähe.«